Guten keckentag! Hä? Wo ist eigentlich nix? Wir müssen ihn doch holen! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Woh. Ahhhh Ahhhhhhh Komm, 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 komm Guten Tekken Tag Guten Tekken Tag Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Kegafimo Heute sehen wir eine neue Folge von YouTuber Fronten Wow! Wir freuen uns, dass ihr nach langer Zeit wieder eingeschaltet habt Wieso tust du dir das? Ihr seid quasi bei unserem Comeback Video dabei Ähm, müssen wir uns auf einer anderen Plattformen dann hochladen? Shit, du hast recht! Oh Pornhub Warum ist das unsensier? Das kann doch gesperrt werden Wie alt sind die Jungs? Warum gehen die auf Pornhub? Ist das nicht erst am 18? Wir wollten letztes Mal wieder auf Bananen kaufen gehen Und haben festgestellt, dass es keine Bananen mehr gibt Die gute Bibi hat uns alles weggekauft Warte mal, warte mal, warte mal Das ist kompletter Bullshit, den wir hier produzieren Das ist kompletter Müll Uns gehen die Ideen aus Ohne Witz, wir haben schon überlegt ASMR Videos zu machen Das ist so laut, nicht so laut Nicht so laut Nicht so laut Nicht so laut Deine Eltern schlafen schon Hallo Leute und herzlich willkommen Zu diesem ASMR Video Heute trinken wir Elfen Trank Bis zur nächsten Folge Wenn es wieder heißt Lasst einen Leisen leicht da Alter, meine Elfentrank ist leer. Keine Schwäche zeigen. Na gut, wir wechseln jetzt das Thema und am besten auf die Couch. Wow, falsche Couch. Jungs, einzeln die Chat, wer die Couch noch kennt. Percy, wie hat es jetzt eigentlich das Video? Ah! Ah! Ficin!